Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Borderlands 2 mit der Lizzie. Hallo ihr Lieben. Wir hatten gerade anregende Gespräche über Darmwinde. Nein, über Luftplätzchen. Luftplätzchen backen natürlich. Okay, wir wollten uns diese Quest hier hinten holen. Wir müssten eigentlich auch zwischen den Pausen aufnehmen, glaube ich. Ja, wir müssten eigentlich mal die Aufnahme laufen lassen. Dann muss man so viel schneiden. Ja. Huch, was fliegt denn da? Au! Ah, uh, ah. Was ist das denn? Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hole mir den Ritter hier. Ja? Reicht das? Ja, das reicht. Ich leg trotzdem mal meine Hände auf. Legs trotzdem mal Hand an. Hm, ich leg Hand an. Wir enden, euer Teufel ist ein Lüge. Was für Teufel, 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 Lüge, Kämpfe! Die blöden Burgenschützen, wo bist du? Hast du deine Feuerschutzrüstung nicht angelegt, Rainbird? Feuer Resi ist zu niedrig. Ich bin da. So ist er, der Blödmann. Ah, ich kämpfe schon wieder. Und du hast aber... Was machst du? Und er brennt vor Leidenschaft. Das wäre doch nicht nötig. Ey! Macht, dass ein Ritter eine Dame schlagen? Und du die Dame bist ja. Oh, was soll das denn heißen? So, haben wir ihn hier. Ein Holzfräulein oder was? Nee. Ein... Wie heißt der? Entmutigter Spieler. Nein. So seht die alle aus. Geniale Leute, fahr aus. Der wartet auf Internetverbindung. Spielen wir Dark Souls, oder? Entzünde erstes die Feuer. Ich spiel kein Dark Souls. Trau mich nicht ran. Das hab ich mal Panty gesehen. Das geht nicht. Entzünde erstes Leuchtfeuer mit Feuerschaden. Okay. Was? Jetzt hättest du doch noch seine Schergen auf uns. Nein, das ist schon wieder so ein Feuerbogenschütze. Oh, ich kämpfe. Okay. Okay. Ich steh wieder. Du stehst schon wieder. Ja. Ach, die kämpfen auch gegen die Skelette. Das ist ja schön. Wo kommt denn dieser Elektro-Schaden hierher? Okay, ich hab Seelen aufgenommen. Sehr gut. Ich kämpfe. Darksiders. Cool. Ich kämpfe. Hallo. Ich bin wie Darksiders. Das wollte ich auch mal spielen. Oh, das ist so geil. Ich steh da voll drauf. Mann, jetzt hat er auf, mich wegzuschubsen. Ich steh wieder. Okay. So, der Bogenschütze ist weg. Wo kommt denn der Elektro-Schaden her? Ich verstehe es nicht. Das weiß ich nicht. Das ist eben was von Verliefen. Ach, hier. Von dem Seher. Okay. Der spawnt und respawnt. Der spawnt? Der spawnt und respawnt. Jetzt nicht mehr. Und er hat Seelen dabei. Sehr gut. Okay, wir haben's. Wir können zu dem entmutigten Spieler zurück. Nee, wir müssen noch das zweite Leuchtfeuer. Ach so. Wer ist der Skelett? Wer ist der Skelett? Was war das? Ach, die Ritter, die kämpfen gegen die Skelett. Ist das gut? Jee, da ist was rausgefallen hinten bei ihm. Die Regierung. Warte mal, warte, warte, warte. Was soll jetzt denn nicht wehtun? Kämpft der jetzt? Warte, der kämpft für uns. Lass ihn mal eben die Ritter erledigen. Ist da noch irgendwas an, zu erledigen? Nee. Der Paladin? Der ist abgehauen. Der Paladin könnte für uns kämpfen, ne? Ja, macht er doch. Macht er, stimmt. Hast du das gemacht? Was denn? Hast du den Paladin beschworen? Nein. Oh, ist er kaputt. Oh, ist er kaputt. Und das Badass-Skelett rennt da hinten rum. Ja, wo? Oh, schön. Ach, da. Hier ist das nächste Feuer. Warte, ich mach... Halt die doch nicht mit denen auf. Badass gibt aber viele P. Okay, hast recht. Und level up. Ist nicht wahr. Wie du nicht? Mann, ist der gehässig. Ich gehe. Hast du mich gerade hässlich genannt? Ja, wenn du das verstehen möchtest. Hast du mich gerade hässlich genannt, oder was? Ich entzünde mal eben ein Feuer. Warte doch mal. Es brennt. Es brennt. Ein Selbstmordskelett. Es brennt. Kommt alle aus dem Haus. Hau ab, Selbstmordskelett. Hau ab. Hört immer auf, ihr ekelnden Scheißer. Geh weg. Geh weg. Oh, keine Munition. Ähm, okay. Au. Äh, ein Skelettriese. Ich kann... Ich bin tot. Ich auch. Steh wieder. Na, ich nicht. Ich stärke mein mir. Ich sehe auch nichts mehr. Wow. Hau. Ach, das war schon der Wunsch. Ja, ist der Wunsch, okay. Ich schnapp mir die Seelen. Ja. Geh weg. Wo, 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 wo. Boah. Ich spiele hier irgendwo Elektroscheiße. Wieder. Die schmeißen irgendwas, glaube ich. Ja. Oh nein, 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 nein. Nein. Und vor mir liegt Gesundheit. Warum, warum, Spiel? Warum verrückst du mich? Danke. Bitte. Ach, das macht meine Granate mir Gesundheit geben. Ja, das hilft mir auch nichts. Komm schon, Skelettriese. Warum hast du ihn erledigt? Weil ich gerne Menschen, Skelette töte. Skelette, Menschen. Skelettmenschen. Okay. Und Seelen eingesammelt? Ja. Seelen eingesammelt. Sehr gut. Boah. Ist jetzt gut hier. Oh Gott, wie viel Leuchtweil. Scheiß sehr. Ja, die nerven echt. Kann man nicht mal leveln. Mann, das darf nicht wahr sein. Wo bist du? Weiß auf die Zähne. Weiß auf die Zähne. Aber nicht auf meine. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Stirbt doch endlich, Mann. Was geht jetzt? Hier oben liegt noch ganz viel Kram. Okay, ich tue euch mal was Gutes. Ihr seht eine mächtige Feuerwaffe auf dem Boden. Rick, würfel, um sie aufzuheben. Ich würfel. Ich habe eine Eins. Eine Eins? Das ist ein kritischer Fehlschlag. Auch als Griff ins Klo bekam. Was? Wie kann man denn beim Aufheben einer Waffe verkacken? Ja, wie es aussieht, flutscht euch die Waffe aus der Hand und fliegt weit weg. Oh, na toll. Mit Schwinger. Was? So sind die Regeln, Mordi. Keine Panik, Baby. Einfach die Waffe suchen und nochmal würfeln. Okay. So, wir müssen noch ein Leuchtfeuer, ne? Ja. Wahrscheinlich müssen wir dafür hier oben lang. Ja, ich... Oh. So lange der Seremon von unserem Glanze geblendet ist. Hab was für dich. Was ist das? Mann, ey. Hört immer auf ihr Sünden. Ich darf dem Bösen nicht unterliegen. Wir sind ein paar Medikids. Medikid, Medikid. Ich finde das hat auch ziemlich cool. Also die DLC, oder wie auch immer. Total klasse. Ey. Komm, der Sturm wird er jetzt noch her. Auf den Wolken. Noch einer. Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Bleiben unter ihnen verborgen. Und dann... ...wird alles, was dir groß und wichtig erscheint. Und sie weint, weil sie den Rest sie kennt. Plötzlich nichtig und klein, natürlich. Okay. Das müsste ich kennen, oder was? Ja, das ist Reinhard May. Das versucht man. Nein, ich weiß, aber ich darfst du wenigstens. Okay. Vergiss es. Goodbye. Goodbye. Ach, ich hab keine Feuerwaffe ausgeputzt. Warte. Mach mal. Lass mich mal eine halbe Stunde nachladen. Lass doch mal nach, so. Ach, Lizzie. Blöden... Oh, ich kämpfe. Oh, ich stehe wieder. Achso, du bist das. Okay. Au. Okay. Ich stehe. Ich kämpfe. Ja. Okay. Schieß weiter. Danke, Soldat. Oh, 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 oh. Gut. Zurück. Okay, wir haben die Seelen. Ach, ja, zurück. Danke. Okay. Dankeschön. Was ist das? Einfach nur... Hallo? Hallo? Was hast du? Granaten-Mod. Was? Kann ich auch aufnehmen. Geh weg. Okay. Skelett, geh weg. Den Skelett bin ich wirklich nicht. Dazu habe ich zu viel Fleisch auf dem Knochen. Komm mal an. War ich früher mal, oder? War ich so ein... Ja, früher. Spindeldürrer-Handes. Okay, soll ich mit ihm reden? Achso, du bist schon da. Okay, dann redet du mit ihm. Die Seelen. Oh. Meine Fresse, das hat vielleicht genervt. Danke für die Hilfe. In diesem dämlichen Level bin ich bestimmt 80 Mal gestorben. Wir müssen vorsichtig sein. Der Kerl, der mich umgebracht und mir meine Seele geraubt hat, rennt hier immer noch irgendwo rum. Noobkiller. Ist er in dein Spiel eingedrohen. Wenn man vom Blödmann spricht, würdet ihr mir helfen, ihn umzulegen? Ja, das ist echt Dark Souls. Schluss mit dem gruseligen Gelächter. Ey! Stirb, Noobkiller! Stirb! Kill the Noobkiller! Ja! Ich bin nicht von hinten zu erstechen, während ich was trinke, Flachwichser! Nein, danke nochmal. Ich hab auch was für euch. Okay. Das Leben kann ganz schön hart sein hier auf Pandora. Bewahrt euch so viel von eurer Menschlichkeit wie möglich. Machen wir. Dann such es. Sehr gut. Ach komm, ich schiebe auch seine Flasche aus, die er getrunken hat. Während er dann ermordet wurde. Okay, das passt super, denn wir wollen heute nochmal nach Sanctuary zurück. Nach Sanctuary, wollte er sagen, bis Discord gespackt hat. Ach so, ja. Bei mir hab ich das natürlich gesagt. Naja, was? Hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, ich bin voll. Schade. Lilith ist immer voll. Ich bin sowas von voll. Entschuldigung. Wir nehmen die Schusswaffe wieder. Lilith, würfel um sie aufzunehmen. Ach so. Ah, hier ist die Waffe. Äh, Lilith soll würfeln. Komm mal her und würfel mal. Ich möchte nicht schon wieder würfeln, weil mir war's kacke. Ja, okay. Komm her und würfel. Ich trau mich nicht, ich hab Angst. Wehe, die flutscht wieder weg. Ah. Ähm, nur eins. Nein, Lilith! Äh, äh, als ihr die Waffe aufhebt, rutscht sie euch wieder so ungeschickt aus der Hand, dass ihr euch dabei alle Finger brecht. Ihr erleidet, ähm, eine Menge Schaden. Nein! Nein! Au! Du blöde Kuh! Du blöde Kuh! Hahaha! Das ergibt doch keinen Sinn! Das war die Kerbe! Ja! Das war die Kerbe! Deswegen soll ich würfeln? Ja! Danke! Nein, das war zu... Ich wusste das ja nicht! Das war gemein! Ja, das war lustig! Sehr lustig! Das war sehr lustig! Ja, ich fand ich sehr lustig! In der Tat! Das war mega lustig! Ja, ne? Ja, ne? Ah, schön! Äh, so. Wir fasttraveln jetzt mal. Äh... Ja? Äh... Äh... Da! Tick-Tack! Die Zeit läuft ab! Du erinnerst mich! Dein Skin erinnert mich an irgendjemandem! Ich glaub auch schon ein Porno! Tiger Spy! Was?! Hab ich denn Porno gesagt? Was?! Nein! Sowas würde ich nie sagen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, warte! Ich hab ne bessere! So, Shotgun! 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 So, wenn ich mal mehr Shotgun-Sachen dabei hab! Noch besser! Okay, was haben wir noch? Äh... Achso! Ich hab glaub ich noch ein paar Schlüssel! Da wir eben bald durch sind, muss ich die auch mal alle verwursten hier! Zwölf hab ich noch! Ein paar Schlüssel! Wow! Das ist echt! Wow! Wow! Ich bin sprachlos! Wow! 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 Einfach nur wow! Wow! Einfach nur wow. Äh. Äh, ja. Achtung. Hier liegt eine Waffe, wenn die haben. Wow. Das ist echt wow. Wow, das ist echt wow. Äh, was, was skill ich denn jetzt mal eben? Was, was, was skillst du denn, hä? Ich skill das hier. What? Ich will mal eben gucken, was das andere ist. Sich da... Laut und stolz. Stern, klar. Laut und stolz, so ist die Lizzie. Ja. Vor allen Dingen laut. Oh. Okay, jetzt gerade ist sie nicht laut. Oh. Ich kann aber laut sein, wenn ich will. Ja, sei laut, Lizzie. Dass die Nachbarn hören. Ich will, dass die Nachbarn bescheiden. Was? 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 Hast du die Waffe mitgenommen, tatsächlich? Hast du sie echt mitgenommen? Nein, ich habe keine Waffe mitgenommen. Ja, 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 ja. Nein, im Ernst. Ich habe keine Waffe mitgenommen. Guck bei mir nach. Ich habe keine Waffe mitgenommen. Okay, pass auf. Die kann weg. Achso, ich will jetzt hier kein Skin kaufen. Das kann ich verkaufen, aber nicht wegschmeißen. Warum? Den behalte ich nochmal vorsichtshalber. Das ist nicht schlecht, aber werde ich nicht unbedingt. Ach, den kann ich ja jetzt ausrüsten. Ah. Ich gucke mal, habe ich irgendwas, was so ein bisschen mittelalterlich auch sieht. Grüne Auen ist natürlich sehr schön. Blau, aber erzürlich. Aha! Echstens blaue Periode. Ach, das ist eine Periode. Warum nicht? Gleichheit für alle. Ich meine, natürlich. Flammende Liebe. Ich glaube, ich nehme... Wie hieß es noch? Weiß ich nicht. Sag mal, grüne Auen. Brünende Leidenschaft. Achso, grüne Auen. Brünende Leidenschaft. Was laberst du da? Klingt nach Telenovella. Einen Schlüssel machen wir noch, Lizzy? Ja, mach mal. Ich hole mir jetzt ein Upgrade hier. Das geht lecker. Spinnst du? Dann kriegst du vielleicht Ärger. Spinnst du oder was? SMG benutze ich nicht. Shotgun. Shotgun. Ja, ne, Shotgun. Komm, was soll's. Ja, komm. Was soll's, ne? Was soll der Geiz? Pistol kann ich auch mal eben nehmen. Du hast nichts gegen uns in der Hand. Zeitbeschwendung. Zwing mich nicht rüber zu kommen, Gatter. Machst du ein Glücksspiel? Komm, wir mal ein Glücksspiel. Nein, ich habe mir eben noch Upgrades geholfen. Rucksack-Upgrade. Mhm. Okay, eine Runde spiel mal. Spiel ich. Kirsche, Kirsche. Fressen. Oh, das ist auch süß. Was lachst du da? Nicht, das machen wir mal. Was lachst du da? Oh, das sieht irgendwie cool aus. Ich finde es nicht gut, dass du hier in diesem Let's Play was zu lachen zu haben scheinst. Du Elfe! Du bist eine Elfe! Elfen-Eliminator bin ich. Es sieht besser aus als der Oberlehrer-Skin. Ich kann auch eine Zwölfe sein, wenn du möchtest. What? 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 Okay, wir reisen noch zurück, damit mal wieder gespeichert wird. Ja. Äh, 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 unsterblicher Wald. Ich kann nicht reisen, weil du das DRC nicht hast. Ey, ich hab die Game of the Year Edition. Ey, Alter. Bro for Christ. So, noch eben Munition ist aber alles voll. Ach so, Muni, ja. So lebt denn wohl. Bei mir ist alles voll. Upgrades gemacht. Ist alles voll. Ja, sehr gut. Das ist ja ein Ding. Gut, dann verabschieden wir uns für heute. Ich hab ja Elfenohr, die sind angeklebt. Ja, ich sag halt, ich saß von einer Elfe. Okay. Okay. Also, äh. Nennlich Galadriel. Alles klar. Oh Mann, ich hab keine Elfen mag, ey. Alles klar. Alles klar, äh, Moment, äh, Moment, äh, 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 äh. Na, na, na. Mann, ich komm nicht auf den Namen. Ähm. Wie heißt sie noch? Elf wie Ömmel? Wie hieß denn Orlando Blooms Charakter? Legolas. Legolas, natürlich. Okay. Auch mit angeklebten Ohren. Ja. Also, die bezaubernde Elfe Lizzie und ich, wir begrüßen euch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Borderlands 2. Macht's gut. Tschüss, Jan. Alles Liebe, tschüss.